Kannst du hier den Leuten mal erklären? Oh Gott, ich hab... Ist du mir leid, Tais? Ich hab deinen Kopf... Tyson, wieso bist du... Alter... Ich war hier am Aufnehmen, ne? Alter, knutsch... knutsch der Kopf. Ja, Abi, und jetzt Ruhe. Tyson, los! Willkommen zu einem weiteren Tag der Bad Wars Woche. Heute spielen wir auf einer neuen Map, beziehungsweise ist das, glaube ich, die Halloween Map. Und die nennt sich Eye, zusammen mit dem Eye of the Tiger. G-L-P. Wo bist du? Haha, back on the streets. Hier bist du, hi! Na? Hey, Dome war ein Klon von dir. Echt? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Okay, wo ist der? Womit, ich sag ihn dir. Okay, 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 ich bin direkt hinter dir. Einer schreibt, turn up, Alter. Wieso schreiben die, turn up? Ja, wieder unten? Turn up, Alter. Er ist abgehauen. Echt? Och, Mann. Er war aber mein Zwieling. Er war, er war praktisch... Wer denn? ...die Nudeln in meiner Nudelsuppe. Boah, Manu, ich hab... Hab ich dir heute schon erzählt, ne? Ich hatte heute so richtig geilen Hühnertopf, ey. Junge, der hat geschmeckt wie bei Oma. Das war richtig geil. Aber du hast einen Bruder, guck mal, der besteht aus Kürbisse. Das ist, glaub ich, irgendwie ein Skin von einem anderen YouTuber. Einen von den Buddies Hocken oder irgendjemand anders. Das hat mir auf jeden Fall schon mal jemand geschrieben. Oh, Alter, der geht aber schon gut ab. Der holt sich direkt... Der rennt hier los. Alter, der ist... Nimm mal eine Blöcke. Ich hab die mal. Ich hol den Schwert. Zack. Ich werde dir jetzt ein Schwert besorgen, Junge. Ob du willst und nicht. Zack. Oh, der hat der Respekt schon passiert. Okay, ich komme. Ich habe einen... Oh, der hat den einen rausgehauen. Team Gelb ist schon komplett... Oh, jemand kommt zu uns. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Oh, jetzt kommen sogar zwei zu uns. Aber ich hab beide. Okay, nice. Ich hab beide. Das finde ich schon wieder... Leute, wieso lieft ihr? Was ist los bei euch? Und wieso kaufe ich mir hier den großen Kram? Waddu ich's denn? Waddu ich's denn? Ich geh zu blau. Okay. Ich geh zu blau und töte die. Ich glaube, ich hole mir einfach nur einen Magic Stick. Und... Irgendjemand randaliert hier. Peter, holst du dir schon wieder was zu essen? Alter, was? Alter, der Knockback. Krass. Holst du dir wieder was zu essen? Hier, ich kann den... Ach nee, das wisst du ja gar nicht. Alter, der Typ rennt hier drauf los, ne? Der geht richtig apeshit. Bananas. Genau so lobe ich mir das. Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich tot. Der hat ein Schwert. Bo's, Bamo. Best in Bies. Oh, ja, genau. Box mich ruhig, Alter. Jetzt siehst du. Ja, was denn? Patz, Alter. Er hat gestorben. Hallo. Hab ich gesehen, ey. Ich hab so ein bisschen... Ein bisschen Angst um dich gehabt, Alter. Die roten, die halte ich hier schon ganz gut im Schach. Das ist eine schöne Map. Weil ich muss ja sagen, ich war von den letzten Maps so ein bisschen enttäuscht. Auf den... Nein! Auf den Community, Sir. Na, das ist der Typ mit dem Schwert gewesen. Oh nein. Oh, sie kommen. Ja, Alter. Ja, ja, ja. Ich hab beide, glaube ich. Ich hab nur ein Herz, hab ich. Lol. Oh, der Rote hat Gold. Der ist echt gut. Achso, der Rote. Wir sehen gar nicht Team Green. Wir sehen ja Team Green. Lol. Der ist einfach runtergelaufen. Mit dem Gold? Ne, 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 ne. Der andere. Scheiße. Zack. Oh, fuck. Fuck. Halbes Herz. Halbes Herz. Kein Problem. Zack, unten. Und der eine will sich Gold holen. Das werde ich aber nicht zulassen. Ich töte mich mal eben. Ich töte mich mal eben. Hör, mach mal. Mit dem Heimer jetzt kann nichts anfangen. Ah, die haben sich schon zugebaut. Oh, da ist schon wieder einer raus. Was soll das denn? Komm ruhig ran hier. Ich hab ein gutes Schwert übrigens für dich. Oh, mit Ali, der Minekraft zieht. Jetzt komm, zeig doch, was du kannst. Jawohl. Und direkt der Nächste. Patz. Bin gekillt, Alter. Du bist ja richtig krass. Nein, nein, nein. Nimm doch das. Okay. Ich komme. Nein, nein, nein. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ein halbes Herz. Nein. Und dann haben sie mich totgeboxt. Mann, Mann, Mann. Oh, ich lebe. Nice. Die Blauen haben eigentlich kaum noch was. Also die Blauen könnten wir gut wegholen. Nein. Der Rote ist fast tot. Okay, warte. Den hole ich mir. Der Rote hat nur noch einen Schlag oder so. Ja, ich weiß. Er ist tot. Der Rote ist tot. Ich helfe dir. Ja, sauber, sauber. Lass uns drauf gehen da. Die können nichts. Ja, stimmt. Ich habe nur ein Herz. Bam. Achso, dann solltest du gehen. Oder du schubst sie runter und opferst dich. Junge, ich baue einfach der ein Bett ab. Ja, geil. Er hat mich gekriegt. Er hat mich einfach gekriegt. Oh, Gott. Zack. Er hat mich einfach einmal geschlagen. Nein, ich war nämlich. Oh, Mann. Ich war direkt in der Ecke. Alter, die... Die müssen wir jetzt kriegen. Aber wir schaffen das. Ich gehe direkt wieder mit der Spitzhage. Jawohl. Unser einer Dude hat auf jeden Fall einiges. Der kommt jetzt. Na, komm. Jawohl. Perfekt. Jetzt Tempo, 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 Tempo. Das hat er gut abgewehrt. Wow. Ich bin impressed. Diesmal kriege ich dich. Nein. It's not a magic stick. Okay. Perfekt. So. Ich komme. Okay. Ich helfe die Paluten. Ich helfe dir. Zack. Ja, ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Unser Mate hat auch einen Bogen. Nice. Sehr gut. Weg. Jawohl. Endlich, ihr beiden. Blue. Komm her hier. Ich renne zu denen. Ich helfe dir. Okay. Perfekt. Sauber. Easy. Nur noch die beiden Roden. Ja. Okay. Halbes Herz. Kein Problem, Alter. Halbes Herz. Echt? Oh. Ich habe ihn. Na, habe ich leider nicht mehr erwischt. So. Hauen wir uns doch mal. Zur Abwechslung. Ah, ich habe auch noch Hälfte Leben. Hat der eine von den Bogen? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Nein, der hat ja einen Magic Stick. Ich dachte, der hat ein Schwert. Bin tot. Der hat mich einfach gerackt. Hat er einfach gemacht. Ja, hat er einfach gemacht. Da hätte ich nochmal eine Spitzer gebraucht. Ich glaube, die kommen, oder? Ja, einer kommt. Ja, aber der hat ja nichts. Der hat ja... Nada, niente. Aus Alicante. Oh, unser einer, Bro. Der back gerade voll rum. Oh, der Grüne. Dem muss man jetzt irgendwie helfen. Komm schon, das schaffst du, Bro. Das schaffst du. Nein, jawohl. Er hat den anderen aber runtergehauen. Das ist meine Chance. Denn wenn wir kommen, dann... Ich lauf mit. Ich bin hinter dir. ...weg. Jawoll. Nice, wenn sie jetzt zu mir kommen. Lol. Er leckt sich. Oh, was für eine Kombo. Was ist das denn? Der Typ hat sich richtig weggeleckt bei mir. Ja, ich würde sagen, 545 kann man mal machen auf einer neuen Map. Also, ganz ehrlich. Ja. Oh, dann machen wir aber noch eine zweite, meine Damen und Herren. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück zur Runde Nummero 2. Dieses Mal auf der Map Wild Wild West, ey. Da fühle ich mich gleich wieder wie bei Desperado, ey. War eine verrückte Zeit, wir beide Desperado, ne? War geil, Alter. Ich, der alte Muli, der alte Esel und du, so ein fescher Cowboy. Das war aber ganz geil, muss man sagen. Desperado, ey. Als wir zurück in die Zeit gereist sind, wir beiden. Ach, Mann, ey. Ist gar nicht dabei. Psst. Was macht der da, der... Psst, ich war der Esel. Der gewaltigt mich. Ich war der Esel, Mann. Ach so. Ich durfte halt nur nie reden. Ich hab auch nie aufgenommen. Aber ich war da. Ernsthaft. Das ist allzeit... Ich war allzeit bereit. War auch ne... Sag, ich kann gar nicht die Bewerbung geschrieben. Und... Ja. Also war ganz geil. Zack, jetzt ein bisschen Smooth Sandstone. Dann ein bisschen Bronze. Also unser Mage schlug gerade alles. Oh. Mal gucken, ob er das auch nutzt. Ja. Das ist ja, also... Ja, gut. Da kann ich jetzt nicht großartig zu viel sagen. Leute, ich... Es tut mir leid. Ich glaube, heute vielleicht ein bisschen mehr Dünnpfiff als sonst. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Manu und ich haben eben gerade schon, äh... Uns beratschlagt, was wir dagegen machen könnten. Alternativ, würde ich sagen, Gehirn amputieren. Einen Tee trinken. Einen Tee? Hilft das bei dir? Nee, einen Tee trinken. Hast du manchmal Kopfschmerzen? Oder bist du so ein Kopfschmerzen... Ja, sehr oft. Echt? Ja, wohl sehr oft. Ah, ich meine, phasenweise. Ich hab das manchmal, wenn ich einfach zu wenig trinke. Das ist bei mir einfach dann immer der größte, größte Problem. Irgendwie zu wenig Wasser getrunken und zack, direkt Kopfschmerzen. Ja, ja, klar. Kopfschmerzen sind auch einfach ätzend. Ich wollte gerade sagen, ein Schnuppen ist nicht so schlimm, aber ein Schnupfen ist auch kacke. Oh, mein Gold. Yay! Give me a go. Ja, wir haben es geschafft. Nein, der andere hat auch... Ja, Kopfschmerzen sind schon mit das Ekelhafteste, die es so gibt. Ja, die sind echt nicht so geil. Warte mal, ich war noch nie hier unten drin. Hier soll es irgendwie auch Gold geben. Aber irgendwie nicht so... Äh, sie kommen übrigens. Ja, kein Problem. Ich bin doch da, Mann. Ich hab eine Spitze... LOL! Ja, genau! Ich hab den dreimal geschlagen. Er hat sich kein Stück bewegt. Er hat mich einmal. Ich fliege komplett weg. Also, ich hab noch gekillt, aber... Okay. Nur, weil ich ein Schwert hatte. Warte mal, sind wir Team Grün, ja, oder? Denke. Oh Gott! Da war aber der eine hat gankt oder extrem geleckt. Oh Gott! Nein, ach Mann, ey. Da haben sie mich... Wie mach ich das jetzt? Haben sie sich gerackt? Da kommt einer zu uns. Jo, da kommen zwei zu uns. Sehr, sehr gut equipped. Der eine lässt mich aber nicht mehr nach Hause. Ich hab, ähm... Ja? Nein! Ich hab einen unten, den gut equippeden hab ich unten. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Wie... Wie... Ver... Ist so ein Scherz. Also, einer von den Roten war gerade richtig merkwürdig, wie gesagt. Okay. Ich kann dir ein Schwert geben. Ein gutes. Ich hab... Ich hab neun Gold. Ich hab's sogar jetzt nach Hause geschafft. Uff. Manu, ich seh dich. Ich kann dir sogar eine Rüstung geben, Alter. Alter, Junge. Hier, nimm. Bitte? Ja, ich muss kurz was essen. Ich bin fast verhungert. Ja, nimm das. Nimm das. Schluck. Dankeschön. Uh. Kein Problem. Oh nein, der Rote will zurück. Der hat Gold. Oh. Und der Blaue gammelt da oben die ganze Zeit ab und wartet bis Weihnachten. Keine Ahnung. Oh, Weihnachten. Ist auch bald schon wieder. Was krieg ich von dir zu Weihnachten, Manu? Hm. Einen fetten Schlag. Okay. In dein Mull. Ja, geil. Der Typ, der wartet jetzt die ganze Zeit da oben, der Blaue. Keine Ahnung, was der vorhat. Ja, ich komm hier gleich easy mit dem Bogen. Ach, der will sich da hochbauen, um sich heimlich zu uns zu bauen. Kann. Oder auch nicht. Er ist runtergesprungen, als er gesehen hat, dass ich mich hochbaue. Hatten. Das packe ich mal auf die drei. Okay, okay. Ich bin ready to slurp. Hab hoffentlich jetzt hier... Uh, da seh ich dich. Oh, ich wär beinah... Oh Gott. Ich wär beinah runtergekackelt hier. Oh, der Typ hat auf jeden Fall einen Bogen, der Rote. Oh, oh. Nein, er hat mich runtergeschlagen. Junge, wie... Womit? Schlecht. Mit dem Bogen. Mann. Ja, ich hab beide. Ich hab beide. Sauber, 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 sauber. Junge, wie... Ich hab ihn anvisiert. Und dann hab ich echt ein bisschen focacked, muss ich sagen. Ich schieb das einfach mal auf die Kopfschmerzen. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Rot an Hilfe. Okay. Ich versuch jetzt mal super schnell einzukaufen. Nein! Was? Der kam... Lol, wir sind... Achso, das ist ja eine Dreierrunde. Hups. Hups. Hupsala. Ich hab grad den einen vergessen. Den dritten. Den dritten... Die dritten Gegner. Nicht so nice. Ja, genau. Ich hab mir so... Okay, zwar hab ich. Ja, easy. Oh, kann mir nichts mehr passieren. Stimmt, da seh ich jetzt... Aber dafür haben wir keinen Bogen mehr. Okay, ich werd mich jetzt erstmal an Rot rächen, glaub ich. Weil das fand ich ein bisschen... Ja, Rot sollten wir auch töten. Blau ist voll passiv. Ja, da ist so ein... Eine Blut... Oh, hier ist grad Gold. Einfach... Na, Blau ist da oben gerade unterwegs. Ja, aber ich... Jetzt erstmal hast du einen Magic-Stick. Ne, du hast einen Spitzer, gell? Ah, unser... Unser Typ... Ähm... Ähm... Töte den gerade mit dem Bogen. Okay, der ist da. Also, es geht den nach unten ab, bitte. So, komm schon. Gelb existiert also auch noch. Okay, der kriegt mich nicht mehr. Oh, jetzt müssen sie alle zum Bett laufen. Weil sonst ist P-Dizzle als erster da. Ja, sauber. Ich hab die gelben. Okay, nice. Ah, die warten jetzt alle beim Bett. Da hab ich den Sprung leider verbauert. Obwohl... Ne. Ist halt doch zu langsam. Hehe. Nein. Jawohl. Oh nein, die Blauen warten. Die Blauen kommen. Die Blauen kommen. Okay, ja. Kann sein, dass die jetzt unser Bett holen. Wo ist denn... Wo ist das denn mit unserem Bro-Him? Wo ist denn der? Oh, dich krieg ich. Dich krieg ich. Alter. Komm her, du... Oh, der Rot... Ne, doch nicht. Okay. Alter, die... Ja, die... Die Blauen wollen das machen, was ich eben meinte. Ah, mit dem Rüberbauen. Okay. Und dann... Ja, ja. Oder direkt rüber springen zu uns. Die kommen jetzt. Hä? Müssen die... Die abwehren. Okay, der ist down. Okay, mach ich, mach ich, mach ich. Ich komm jetzt schnell... Ja, oh, ich hab den einen weggehauen. Ich hab auch zwei Gold. Viel bräuch ich nicht mehr. Ich könnte einmal nach unten gehen. Warst du einmal unten? Ich hab fünf Gold. Also, ein Gold hab ich noch übrig, falls du... Falls dir was fehlt. Ich def gerade. Ausnahmsweise mal. Okay, perfekt. Ja, ich hab sogar acht, neun Gold. Da kann ich mir ein Level-2-Bogen fürholen. Da gönne ich mir mal, ey. Das ist... So, ziemlich impressive. Ja, ja. Das du dir da leisten kannst. So leidest hier. Warte mal, vielleicht, wenn ich jetzt ordentlich Gold sammle. Zwölf. Ich brauch jetzt sogar mal eine richtige Rüstung, ey. Krass. Jetzt brauch ich nur noch... Aber da ein Gold hast du noch übrig, ne? Nee, hab ich nicht mehr. Hab ich gerade für eine Spitzhacke ausgegeben. Ach komm. Das tut mir sehr leid. Mensch, wer... 13 reichen doch für den... Ja doch, für den Achter... Puh. Okay, Team Blau wurde zerstört von unserem... Von unserem Mate, alter. Nice. Bei uns. Ja. Hey. Hallo. Okay, rot. Hä, der rote liegt ja immer noch, der eine. Das ist ja... Das ist ja skandalös. Das ist echt. Ich bitt den jetzt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz um bellenden Hund kümmern. Oh nein, er schlägt schon wieder sein Tier. Guck mal her. Kannst du hier den Leuten... Den Leuten mal erklären? Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Es tut mir leid, das... Ich hab deinen Kopf. Tyson, wieso bist du... Alter. Ich war hier am Aufnehmen, ne? Alter, knutscher der Kopf. So. Abi. Und jetzt Ruhe. Tyson, los. Unglaublich. Alter, der hat ja... Ja, ja, der denkt, hier gibt's irgendwas. Haben wir gewonnen? Manu? Äh, nee, ich hab grad noch einen gerackt. Okay. Team Gelb lebt noch komplett. Nein, 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 er... Nicht. Er wollte Rache nehmen. Wir brauchen eine Hilfe. Oh, ja, ich... Ich komm. Tyson, Tyson nicht. Sehr gut, alte Titson. Ja, der Tyson ist ein verrückter... Verrückter Hund. Ja, ja, hab ich... Hab ich ein bisschen Schnarch im Höhendergrund hier. So hab ich schon einen Pfeil gekauft. Pass auf ihn auf. Ja, ich pass auf ihn auf. Hast du auch gerade gesehen? Als ich aus Versehen seinen Kopf gegen den Tisch gerammt habe. So. Hört man das eigentlich im Hintergrund? Also, die haben gerade keine Chance, weil ich die runterkicke. Okay, wir machen das, Manu. Oh. Wir machen das. Okay, dann schauen wir doch mal. Die Gelben sind die Letzten. Haben die einen Bogen? Ja. Nee, nee, die haben gar nichts. Ah, na dann. Ich hab aber 15 Gold. Du könntest warten eben. Ich helf dir. Okay, danke. Ich hab schon zweimal mit dem Bogen getroffen. Ja, der ist down. Nice. Kriegen die anderen noch einen mit? Nee, ich geh einkaufen. Ich geh einkaufen. Tut mir leid, ich geh zurück. Ja, keine Probe. Ich mach die jetzt platt. Nein, warte doch. Warte, sind alle. Ja, ja, was ist los? Oh, da ist einer. Oh, ach, Tyson. Tyson hat gerade an meinen Füßen geschleckert, Alter. Er wreckt doch gerade. Leute, das tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so bo... Ah, jetzt sind alle drei hier. Nein, die kommen alle. Ich hab jetzt nur eine Enderperle geholt. Nice. Mehr nicht. Ich war total Schwachsinnig eigentlich. Ach, eine Enderperle ist immer gut. Das ist immer eine feine Sache. Ja, ich bin dann schneller da. Also, das ist doch schon mal toll. Oh, ich hab keine Blogge mehr. Ist das... Ach, komm. Ach, egal. Ich kann die sowieso alle wegwenden. Dass du nur lebst. Was, ey. Wow. That's my style. That's your style. Ich komme jetzt mit einer Enderperle. Okay. Ich komme mit einer Enderperle. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, Manu. Ich helf dir. Danke. Wo bist du? Dann bist du schon oben beim Bett. Oh, ja, natürlich. Bin ich hier schon. Und Ty is weg. Ty is, du hast uns Glück gehabt. Äh, Glück gebracht. Glück gehabt. Hä? Es leben noch blaue? What? Hä, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab's auch. Ich dachte, jetzt wäre... It's over. It is over now. Ty, was sind die denn die ganze Zeit? Nach all den Sachen. Wahrscheinlich einfach in ihrer Base, ne? Ich sollte mal was umgehen. Und gammeln da, oder was? Wir chillen einfach. Ey, die haben sich da bestimmt komplett verbarrikadiert. Das sieht man auch in der Base. Ich muss jetzt hier mal ein paar Sachen abbauen. Wenn ich da überhaupt hochkomme. Ja, das ist eine gute Idee. Eins, zwei, drei. Oh, da kommt einer. Nein, nicht Mr. Potato. Nein, nicht Tyson. Das ist Mr. Potato. Aber wir werden trotzdem gewinnen, Leute. Wir werden trotzdem gewinnen. Ja, der Hund hat gerade Mr. Potato versucht zu attackieren. Und zu essen. An seiner Stelle würde ich den... Oh nein, jetzt haben wir gewonnen. Wir haben jetzt gewonnen, oder? Hat er den letzten? Oh, ich sehe den einen. Schätze mal. Der sieht den jetzt, ja. Und Trommelwirbel. Das ist jetzt vorbei. Das ist traurig. Oh, der hat sich da hinten eine Base gebaut. Junge, was geht denn mit dem ab? Ja, der hat sich da hinten so ein kleines Fortress, so ein richtiges Haus. Und da haben wir gewonnen. Jawohl. Ja, geil. Sauber. GG, meine Damen und Herren. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut doch auf jeden Fall bei dem guten GLP vorbei. Der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und bei dem haben wir auch eine sehr, sehr geile Mario Party-Runde aufgenommen. Die war geil. Junge, ich sage nur, Betrug bei Mario Party, ey. Da ist schon... Wir haben da einen sehr, sehr großen Skandal aufgedeckt. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.